Zeit für Möllerinnen, um mit der Familie zu verbringen. Ja, das war so studiert. Die Realität sieht aber auch nicht aus. Hier und hier sind wir beide nicht und trotzdem weit von ihnen nicht. Aber vergessen wir dabei ganz, wie sie ihre Zeit vergehen können. Dabei können sie auch zusammen schöne Momente verbringen. Nutze doch dir als Familie Möchel-Kätein von digitalen Medien. Bis zum nächsten Mal.